Anita Atkinson ist mehr als 50 Jahre ein treuer Fan der Queen gewesen. Ihr Haus gleicht einem Museum für Fanartikel der Royal Family. Kein Wunder also, dass der Tod von Queen Elizabeth für die 56-Jährige wie ein Trauerfall in der eigenen Familie gewesen ist. Wir haben uns mit dem royalen Superfan in London getroffen und auch mit Anita über Harry und Meghan gesprochen. Von diesen beiden ist die ehemalige Journalistin alles andere als begeistert. Jeder hat die gleiche Meinung nach. Sie haben sie mit ihm sympathisiert, aber jetzt haben sie nicht. Jetzt hat er alle Unterstützung verloren. Er ist eine Fülle und er braucht, dass der Blut nicht mehr als Wasser wird. Er braucht, dass er weitergeht, und so ist Meghan. Er hat erich gehört, dass er وا Chronik und Hanっぱ Deutsch wurde. Egal. Entschuldigung. Zeit bitte.